Was geht ab, meine Freunde? Welcome back to the Leroy-Channel. Heute treffen wir, äh, heute, ja, heute ist Sascha trifft Kaiser, ja? Leroy will's nicht wissen, ahaha, zwischen Bildungsauftrag und billigem RTL-Content. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie ein Bogen... Oh, es geht um Funk! Okay, 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 da bin ich schon wieder, da bin ich schon wieder auf Sascha's Seite. Ich weiß nicht viel über Funk, ich weiß nur, dass die mich mal angefragt haben für was, ne, und, dass die nicht so gern gesehen sind. Ein neues Video mit eurem Girl... Sascha! Sascha ohne die Frisur und Tipps, obwohl die Frisur letztes Mal echt gut angekommen ist, deswegen... Ja, die Chance ist mega fresh aus. Ob ich da wirklich Haartipps gebe? Findet es heraus. Ja! Doch worum geht es im heutigen... Ist das gut von der Leute... Ja, das ist... ...hautigen Video. Zwar habe ich schon vor einigen Monaten ein Video zu Leroy's Kanal... Aber, das hat so viele Klicks gemacht... Dennoch habe ich über diese Monate nach dem Video Leroy's Kanal weiterhin verfolgt und ich habe mich gefragt, was hat sich seit der Kritik geändert? Für euer Verständnis, warum gab es denn Kritik an Leroy's Kanal? Wie diese Seite hier verrät... Stimmt, die Pflanze ist wieder da. YouTuberin Sascha macht Leroy mal tarte harte Vorwürfe. Der... Leroy schaut immer so lieb aus. Sehr dramatisierte Seite. Das klingt so, als wäre ich irgendwie ausgerastet in dem Video und auch dieses Versus so. Niemand ist hier gegen irgendwen. Ich habe nichts gegen Leroy. Best Leroy! Ganz im Gegenteil, ich liebe Funk. Wahrscheinlich kommt es einfach besser an, wenn man da noch so ein Versus hinschreibt, aber es ist nicht so dramatisch. Das ist der Leroy, ja? Und ich bin nicht Sascha? Leroy! Was soll das mit dem Content? Was soll das mit Funk? Ha, Leroy! So muss man übrigens Holy Shaker immer shaken. Die Kritik an Leroy wurde ausgelöst durch ein Video. Wie lange bin ich heute live? Äh, noch so zwei Stunden länger. Seinerseits, nämlich AfD-Politiker trifft Transfrau. In diesem Video wurden sehr, sehr viele Aussagen als Fakten dargestellt. Es wurde kein Hintergrundcheck durchgeführt. Die Protagonistin Hannah wurde enorm von dem AfD-Politiker angefeindet. Und das brachte das Ganze ein bisschen ins Rollen und stellte Leroy in die Kritik, weil man sich gefragt hat, wie konnte dieses Video so ausarten. Das ist aber nicht die einzige Kritik, die es an Leroy gab. Allgemein wurde Leroys Funktion in diesem Format hinterfragt. Denn das Prinzip des Formats ist eigentlich klar. Menschen mit bewegenden Geschichten sind hier das A und O. Je außergewöhnlicher, desto besser. Das ist nicht unbedingt Clickbait, aber es ist auffällig, wie sehr sich der Kanal in diese Richtung bewegt. Kennt ihr vielleicht exklusiv die Reportage, das läuft ja auf RTL 2, da wo die besten Reportagen laufen oder gelaufen werden. Das ist eine Reportage, die läuft immer sehr spät abends. Der Hintergrund sind meist außergewöhnliche Fetische, meistens geht es immer in diese eine Richtung, aber es ist alles immer sehr, sehr außergewöhnlich. Und das ist so ungefähr die Richtung, in die sich Leroys Kanalen bewegt. Kurze Frage zwischendurch. Hat Kollegah den Sendeplatz von Wend... ...klar bekommen? Wie Funk selbst sagt, Leroys... Was? Was war das jetzt? Ist das jetzt Kollegah oder was? Ah, das war ein Joke. Boah, kennt ihr doch diese Dinger, diese Ponys, ne? Ponyhof, by the way, Ponyhof, hier für den YouTube-Algorithmus. Äh, die es damals so im Kindergarten oder, keine Ahnung, wo es das gegeben hat, gegeben hat. Voll sick. Zwischendurch hat Kollegah den Sendeplatz von Wendler... ...Ponys, ja, nicht das da. ...bekommen. Wie Funk selbst sagt, Leroy ist auf der Suche nach spannenden Menschen und spricht mit ihnen über deren Erfahrungen, Perspektiven, Realitäten und Schicksale. Nochmal an dieser Stelle, ich mag... Ich sag, ich stream zwei Stunden, er schreibt nochmal drei Stunden, muss gleich noch zwei Stunden weg. ...nicht Funk-Bashing, ich mag nicht, in welche Richtung das insgesamt läuft. Ich liebe, liebe, liebe Funk. Ich finde, sie haben so viele tolle Kanäle, die wirklich ihrem Bildungsauftrag gerecht werden. Spannende Geschichten erzählen. Nur eben ist der Unterschied, dass das meistens eine Reportage ist, beinhaltet aber auch ein Interview, und zwar mit Experten. Und Leroys Kanal geht auch in die Richtung, hat aber keine Experten, sondern Leroys Kanal besteht nur aus Menschen, die ihre Erfahrungen berichten. Aber was sind das denn für Menschen? Ob sie im Knast gesessen haben, ob sie schuldig gesprochen wurden, ob sie vielleicht Menschen... ...ungebracht haben, ob sie Menschen gemobbt haben, alles ist vertreten und bietet uns Zuschauern spannende Einblicke. Ob es ein Einzelinterview ist oder eine Gegenüberstellung. Dennoch stellt man sich die Frage, sollte man jedem Menschen eine Plattform bieten? Muss man einem Verbrecher eine Plattform bieten, der die ganze Zeit beteuert, dass er unschuldig ist? Während diverse Artikel, diverse Kommentare... Das ist ein guter Punkt. Das ist ein wirklich sehr guter Punkt. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Leroy wird oft kritisiert. Ich mag das Konzept von Leroy, eben, weil manchmal ist die Kritik halt sowas wie, ja, Leroy macht quasi Klicks mit Menschen wie halt jetzt ihm hier, der Menschen gemobbt hat, ne? Oder macht, ähm, macht Klicks mit Menschen, die eine, ich weiß nicht, schreckliche Vergangenheit haben oder die eventuell irgendwie beeinträchtigt sind oder sonst was oder keine Ahnung, komische Berufe haben. Ähm, quasi zieht aus dem Leid oder Schicksal von anderen Menschen Klicks. So sehe ich das nicht. Zumindest kommt es bei Leroy, also klar, natürlich macht er halt mit, äh, je ausgefeiner, desto mehr Klicks, aber das ist halt auch einfach, die Menschen gehen dort freiwillig hin. Da war ja mal einer, der ist, ähm, wie sagt man? Er ist, pö, 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 ne? Mache ich das jetzt richtig, so wie das die Sascha gemacht hat, damit ich nicht monetarisiert werde? Der hat halt, ne, der, ja, genau. Und der ist da auch freiwillig hingegangen, was ich gar nicht nachvollziehen kann, warum du das machen solltest, aber gut, von mir aus, ähm, ja, ist schwierig. Aber sowas ist halt dann wirklich true. Also wenn er jetzt nicht wirklich eine Ahnung hat, Leroy, und dann kommt der da her und sagt da vor einem Millionenpublikum, yo, ich wurde zwar wegen doppelten, hä, verurteilt, aber ich bin da eigentlich, ähm, nicht schuldig und so, dann kann es schwierig werden. ... schreit, dieser Typ manipuliert, er verdreht Tatsachen, er rattert seine Geschichte runter, und dieser Mensch ist gefährlich. Mein Lieblingsbeispiel ist Sarah's Secret und zeigt, wie gefährlich es ist, nicht den Hintergrund von Leuten zu überprüfen, sondern ihnen zu vertrauen. Sollte man diese Art von Menschen auf junge Zuschauer loslassen? Denn das ist ja das, was Funk erreicht. 14- bis 29-Jährige. Besonders beliebt sind Fetische. Ob das jetzt Frauen sind, die sich als Kleinkinder ausgeben, Leute, die sich gerne als Hunde verkleiden, Dominas, sogenannte Bimbo-Dolls, oder eben ein ganz, ganz verstörendes Video, meiner Meinung nach, ist, Menschen, die gerne intim werden mit Hunden. Diesen Beitrag gibt es mittlerweile nicht, weder auf Leroy's Kanal noch in der CTF-Mediathek, sondern gibt es nur noch in Form von einer Reaktion. Das gleiche Konzept gibt es auch auf dem Y-Kollektiv-Kanal, früher auch mal eben Funk gewesen, wo ein Mann mit einem Menschen spricht, der eben gerne mit Hunden intim wird. Die Reportage sage ich vorweg, vielleicht ist sie ein wenig verstörend. Der Moderator äußert seine Meinung, der Moderator holt einen Tierschützer dazu. Ich muss mal die Perspektive wechseln und das Gehörte hinterfragen. In Berlin bin ich mit Stefan Klippstein verabredet, einem Tierschützer. In Leroy's Video dagegen lag der Fokus darauf, dass diese Menschen so genau wie möglich beschreiben, wie und wann und wie sie es am liebsten mit dem Tier tun. Ja, das ist halt das Ding. Schau, bei Leroy ist halt einfach der Aspekt, der den Menschen halt reizt, dass du erfährst nicht wie quasi jetzt, weiß ich nicht, der moralisch richtige Weg ist und so weiter und so fort, sondern halt, was die Menschen dazu bewegt oder wie das aus deren Perspektive und sowas halt ist. Ich finde das absolut richtig, was die sagt. Es sollten Tierschützer oder sonst was halt dabei sein. Oder sonst, oder keine Ahnung, da sollte man vielleicht mal mehr aufklären oder so. Ich weiß nicht, wie ich an so ein Video rangehen würde. Ich würde mich sowas nicht trauen, halt mit so jemandem eine Reaction zu machen, einfach weil es halt so, Bruder, du musst ja auch irgendwie dich dazu äußern und was sagst du da. Ja, das ist nicht gut. Also ich bin auf ihrer Seite. Ich sag halt nur, dass Y-Kollektiv und Leroy zwei unterschiedliche Herangehensweisen haben. Das meine ich. Tun. Wobei ich die von Y-Food besser bin. Y-Food, Y-Kollektiv besser bin. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Wüsste ich nicht. Wüsste ich auch nicht. Wie gesagt, das sind tausend Kleinigkeiten. Also ich weiß, bei ihm und mir war es nach dem ersten Mal ist er deutlich stärker darauf, mich zu beschützen. Nach eurem ersten Mal. Ja, wir sind hier, um uns skurrile Geschichten von skurrilen Menschen anzuhören. Aber ob ich mir das jetzt geben muss, zu hören, dass der Hund das ja selber will und er dir Signale gibt. Ja, das geht nicht. Ohne, dass da irgendein Experte dabei steht und sagt, das ist komplett gelogen, das stimmt gar nicht. Das ist hier die Frage. Wichtig ist aber, dass wir miteinander sprechen und nicht übereinander sprechen, weil das wird immer nur zu weiteren Klüften und weiteren Schwierigkeiten führen. Und da habt ihr heute einen wichtigen Schritt getan. Dankeschön. Dafür bin ich sehr dankbar. Und ich bleib mit den beiden auf jeden Fall in Kontakt. Das eröffnet die Tür für euch, dass wenn ihr weitere Fragen habt, ihr die gerne unten reinschreiben könnt. Und wir uns dann vielleicht noch mal sehen für einen zweiten Teil. Können wir schauen. Liegt an euch. Die Devise ist, je skurriler, desto besser, was ich auch in meinem letzten Video bemängelt habe. Uninformiert und Straftaten werden nicht als diese dargestellt. Beispielsweise Die Frage ist, woher weiß er das, ob der Hund das will. Ja, der, also zum einen kann ich mir vorstellen, dass der sich das auch einfach einredet. Zum anderen, der Hund checkt ja, also wahrscheinlich checkt er schon, was halt abgeht. Aber der Hund, der Hund wird jetzt nicht dran denken, hey, das ist ja ein Mensch, das ist ja irgendwie gar nicht in Ordnung oder so. Oder dann belohnt er den Hund oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber halt so, also selbst wenn der Hund das mag, ist das halt trotzdem nicht, also das, also lassen wir das Thema bitte. Eine 14-Jährige, die mit 13 schwanger geworden ist. Über Facebook hat die Polizei herausgefunden, dass ich schwanger bin. Was hat denn die Polizei mit deiner Schwangerschaft zu tun? Ja, das war, weil ich unter 14 war und eher über 14. Oh, ja, es gibt diese Regeln, mit ab 14, ja, unter 14 darfst du in Deutschland keinen Geschichtsverkehr haben, unter keinen Umständen. Unter keinen Umständen. Und du hast diese Regel gebrochen, oder ihr? Trotzdem, dass er das wusste, hat er in diesem Video das genauso wenig angeprangert, sondern eine Infotafel musste das Ganze bestätigen, dass es nicht in Ordnung ist. Ein erstes Mal mit, ja, so 13,5. Das ist ein geiles Tattoo. I'm rich. Kurz vor meinem 14. Geburtstag, mit einer deutlich älteren, also die war, ich müsste lügen, damals 24, glaube ich. Oh, Junge. Dann schick mal die Daten zur nächsten Polizeistation, oder nicht? Machen wir das so? 13. Fast 14. Aber es hat mich ja doch, es hat mich doch geprägt. Äh, das glaube ich mal. Ja. Ja, das ist halt so. Positiv. Also du erzählst, dass du lächelst. Ich erzählst positiv. Also war das eine gute Erfahrung für dich? Es war eine bombastische Erfahrung. Also es kam auch hinterher kaum was an dieses Erlebnis ran. Okay, dann erzähl mir mal von diesem, von diesem ersten Mal. Was ich auch nicht so ganz verstehe, ist, warum Protagonisten so oft recycelt werden. Und diese Videos erinnern mich eher an eine seriöse Version von Teenie-Mütter. Jedoch wie oft will man Minderjährige noch nach ihrer Schwangerschaft befragen? Eine Frau, die sich gerne als Kleinkind ausgibt, wird mit einer Therapeutin für den Geschlechtsverkehr zusammengesetzt, ohne dass man das Gefühl hat, dass sie überhaupt begreift, was sie da macht. Welche Rolle spielt in diesem Little Space die Sexualität mit deinem Daddy? Ähm, bei uns spielt es gar keine Rolle. Ja, es ist gut angekommen. Ja, es hat viele Klicks bekommen. Es ist skurril. Dennoch frage ich mich, warum man immer wieder neue Videos zum selben Thema machen muss. Doch was bringt... Weil es Klicks bringt. Das ist halt dann auch irgendwo... Leeroy ist auch eine Marke und man hat jetzt auch gesehen, diese Videos... 7,21... Diese Videos... Hier, der erste Teil 5,3. Der zweite Teil 3,1 Millionen. Ich erinnere mich eher an eine seriöse Version von Teenie-Mütter. Jedoch wie oft... Hier, zweieinhalb Millionen, 2,3 Millionen, 4,2 Millionen. Das sind die gleichen Leute. Das sind die gleichen Leute. Ich verstehe. Ich verstehe schon, was sie meint, aber das ist halt... Das ist halt dann auch YouTube. Spielt das gar keine Rolle? ...man immer wieder neue Videos zum selben Thema machen muss. Doch was bringt mich dazu, erneut ein Video zu machen, wo ich Leeroys Moderation hinterfrage? Und zwar fand ich dieses Video hier extrem interessant. Eine Klimaaktivistin, welche nichts zu verlieren hat. Das Thema Klimaaktivismus ist sowieso in den letzten Monaten extrem präsent. Leute, die Kunstwerke besudeln, Menschen, die sich an der Straße festkleben. Und genau diese Art von Menschen hat Leeroy zu sich ins Interview eingeladen. Und zwar eine Dame namens Tink. Und das Video... Ja, also, äh... ...es vielen, unter anderem auch mir. Also, man kann von der Bewegung halten, was man möchte, aber die Dame, was die da vorhin sich gegeben hat, das war ja wirklich... ...bisschen übel aufgestoßen, weil dort einige Aussagen getroffen wurden, die ein bisschen Panne waren. Also, für mich war jetzt Litzerat sehr, sehr viel. Das hat uns alle sehr mitgenommen. Also, es war für uns wirklich sehr heftig. Also, für mich persönlich hat sich das so ein bisschen angefühlt wie im Krieg. Wir gegen die Polizei, die diesen Konzern schützt, der unsere Zukunft kaputt macht und die Polizei, die uns dafür wahnsinnig schlägt... Als ob sie das so geschnitten hat. Ich würde das so schnallt. ...und total übel zurichtet und sogar auf Sanitäter losgeht. Ich würde es als Hardcore beschreiben. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass die Polizei... Also, meine Familie und ich sind vom Krieg betroffen. Mein Onkel ist im Krieg. Ich würde schon sagen, es gibt relativ großen Unterschied. Das ist ganz persönlich meine Meinung. Ich persönlich finde nur den Vergleich nicht gut. Und mich würde interessieren, ob sie im Nachhinein immer noch dazu steht und ob man eine Demonstration damit vergleichen sollte. Glaube ich aber nicht. Und was die Reaktionen insgesamt auf das Video sind. Kennt ihr dieses ein Video, wo... Ich glaube, dass sie manche Sachen da einfach so rausgehaut hat und nicht wirklich so nachgedacht hat, was sie da eigentlich sagt. Ein junger Newcomer, sag ich mal, erklärt hat, wie eine Funkdoku gedreht wird und dass man eigentlich praktisch nur krass, krass, krass sagt. Wie muss ich mir das denn jetzt eigentlich vorstellen? Mein Winz, mein Main. Also, auf was für ein Objekt fährst du denn so ab? Also, also ich persönlich, ich stehe halt irgendwie total auf Bücher. Krass. Naja, zum Beispiel so Comics. Krass. Sachbücher. Krass. Andere Bücher. Okay, das ist krass. Krass. Ja. Im weiteren Verlauf erklärt sie, dass es eben wichtig ist, ob... Bist du dieses Jahr auf der Gamescom? Ja, ja. ... das Thema Klimakrise aufmerksam zu machen, beispielsweise durch das Festkleben an Autos. Äh, nicht an Autos, an Straßen. An Autos. Das wäre ein Baby. Unser Ziel ist es, noch mehr Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu legen. Was passiert in den Fällen, wo Stau entsteht, wo Menschen Hilfe brauchen, aber eben nicht ins Krankenhaus kommen? Also, tatsächlich für solche Fälle haben wir... Festhalten. ... extra ein Kommunikationsteam und die laufen da auch sehr, sehr oft durch und reden mit den Leuten und fragen, okay, und wenn das halt eben wirklich zutrifft und die Leute uns das auch wirklich ehrlich sagen und uns jetzt nicht komplett nervig und asozial behandeln, dann lassen wir die schon auch durch. Denkst du im Ernst, dass Leute, wenn ein drei Kilometer langer Schau ist, von drei Kilometern zu euch kommen und sagen, Leute, guck mal, ganz wichtig, ne? Ich hab da wen in meinem Auto. Leute, bitte, 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 lass mich durch. Sag dir dann, alles klar, hier, Lösungsmittel. Weißt du, wenn ich Sanitäter wäre und ich hab, weil du hast dann sicher auch einen, also wahrscheinlich, wenn du länger im Beruf bist, bist du es halt gewohnt, aber dann hast du sicher auch einen Adrenalin-Rush und dann fährst du da durch und dann siehst du da vorne irgendwelche Leute, die sich an die Straße kleben. Ich würde aussteigen oder ich würde rausschreien, Junge, verpisst euch von der Straße, ich muss hier durch und so wie sie das jetzt gesagt hat, ja, wenn sie nett zu uns sind, dann lassen wir sie durch. Das würde ich da einfach stehen und nichts wird passieren, weil ich nicht nett genug zu dieser Person war, die darüber entscheiden darf, ob Rettungskräfte durch dürfen oder nicht. Let's go, let's go, let's go. Was für ein Kommunikationsteam soll denn da sein? Und mal abgesehen davon, zusätzlich zu den CO2, was sie eigentlich gemacht hätten, kommt nochmal CO2, den sie im Stau in zwei Stunden verballert haben und niemand hat gewonnen. Niemand. Und das hat nichts mit aufmerksam auf die Sache zu tun. Welche Leute will man denn genau erreichen? Ja, ja, verstehe ich. Aber ihr habt ja den Stau produziert. Krass. Ja. Krass. Okay, das ist krass. Was umso krasser ist, ist, dass sie sich in die Position stellt, über Menschenleben zu entscheiden. Das ist mit auch einer der Gründe, wieso ich mich da nicht festklebe. Klar, es ist dann eine Person, böse gesagt, aber es gibt halt dafür Millionen von Menschen, die auf der Welt wegen dem Klimawandel sterben. Wach auf, es ist deine Zeit. Und ob das jetzt eine Person in Deutschland ist oder 100 Leute irgendwo in einem Buschfeuer sterben oder so, ist halt dann die Abwägungsfrage. Vielleicht kennt einige von euch das Trolley-Modell, wo an einem Gleis fünf Menschen arbeiten und am anderen Gleis nur ein Mensch und es kommt ein Zug angerast. Und man steht selbst an diesen Hebel und kann entscheiden, okay, opfer ich diesen einen Menschen, damit diese fünf Menschen leben oder opfer ich fünf Menschen, damit ein Mensch leben kann. Das ist hochkomplex, lässt sich auch nicht einfach beantworten. Aber was ich halt persönlich krass finde, ist, dass sie nicht in der Position steht, die Stelle ist halt so krass, wer denkt, es ist eine gute Idee, so was in einem Interview zu sagen. Schau, ich glaube, dass, ich glaube wirklich, dass sie sich nicht ganz bewusst oder dessen bewusst war, wie das auf andere wirkt, weil ich kann mir gut vorstellen, also, also ich will jetzt nicht den Schutz nehmen oder sonst was. Das, was ich da gesagt habe, ist kompletter Scheißdreck, so, wer sowas von sich gibt. Ja, sie hat eh, glaube ich, einiges an Backlash bekommen. Danke dir, Wuselcore, für den Stufe 1-Sub. Ich glaube, dass halt das Problem ist, dass sie so sehr in dieser Gruppe involviert ist und die bauen sich halt gegenseitig auf und sagen, naja, schau, keine Ahnung, ich habe jetzt hier gehört, ja, wegen euch ist ein Rettungsverfahren, stehen geblieben oder kommt nicht durch oder so, aber wir machen das ja fürs Klima und der Klimawandel, der gefährdet so viele Menschen und dies, das und dann denkt sie sich, ah ja, stimmt und dies, das, na, und dann kommt es in einem Leeroy-Video halt so rüber, aber insgesamt ist es auch, es ist, es ist ein sehr, sehr, sehr ungünstiges Video, wenn wir es mal mild ausdrücken. Das entscheiden zu dürfen. In diesem Punkt wird Leeroy ein bisschen kritisch. Ja, ja, bei dem, ist krass. Bei dem einen hast du halt aktiv eingegriffen und das Buschfeuer ist natürlich absolut eine Folge des Klimawandels und das ist eine gute Reaktion. gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Okay, das ist krass. Des Weiteren findet sie irgendwie Argumente, wo sie sagt, Leute fühlen sich angegriffen. Die wissen, sie müssen eigentlich was machen, sie machen aber nichts und deswegen fühlen sie sich davon angegriffen. Ich weiß, diese Menschen sind wahrscheinlich selber unzufrieden mit sich selbst. Oh Mann, die sind alle nur neidisch auf mein Aussehen, deswegen sind die alle so gemeint zu mir. Nein, die Leute sind nichts. Das hat sie jetzt nicht gesagt, aber, äh, nein, das passiert, es ist, ich brauche eh nichts dazu sagen. Es ist selbsterklärend, wie weird jede einzelne Aussage da ist. Sauer auf dich, weil sie unzufrieden mit sich selbst sind oder weil sie irgendwie zu wenig machen und deswegen die Wut auf dich übertragen. Nein, die Leute sind wütend. Das wäre so eine Skurros-Aussage. Weil sie nichts dafür können. Viele sind angewiesen auf Autos durch schlechte öffentliche Anbindungen, die teilweise verspätet oder gar nicht oder dreimal am Tag kommen und Menschen zu verurteilen oder zu provozieren auf dem Nachhauseweg durchs Festkleben am Boden bringt niemandem was, außer noch mehr Wut auf Klimaaktivisten, was vollkommen die Sache verfehlt. Man kann Dinge verändern, man muss sie verändern und sogar Leroy hat eine Meinung und an diesem Punkt ist Leroy politisch und sagt, ja, wir haben nicht genug Maßnahmen, aber es funktioniert nicht, indem du dich einfach an der Straße festklebst und sagst, Leute, guck mal her, Klima. Und das ist so das, was fehlt, die Perspektive für die anderen Menschen. Es gibt einmal die eine Situation, dass man zum Beispiel mit einer Demo irgendwo durchläuft und am Straßenrand gucken halt Menschen zu, die aber nicht zur Demo dazugehören. Und vielleicht kommen die gerade aus, sagen wir, die kommen gerade aus dem H&M mit ihren fetten Einkaufstüten rausgelaufen und dann schreien wir halt irgendwelche Sprüche, die halt ihnen bewusst machen, ah, das, was ich gerade gemacht habe, war eigentlich nicht so gut fürs Klima. Wo kauft sie denn ein, ich glaube, also, also, okay, kann sein, dass sie alles hier irgendwie Fairtrade und Secondhand und sowas sich holt, aber ich wette, die geht auch einmal, aber ja, Ansprung in H&M, oder? Ansprung. Fühlen die sich wirklich automatisch richtig angegriffen davon und die fangen dann an, uns anzuschreien. Die kleinen Menschen mit kleinem Geld können. Das glaube ich aber nicht, dass das jetzt so war, dass irgendwer geht aus dem H&M raus. Ganz normal bist du am Shoppen, dann sagt ein Klimaaktivist, hey, das war jetzt nicht so gut fürs Klima und dann schreien die Leute aus dem H&M und nehmen die an. Das kann ich mir nicht, also, weiß nicht. Können nichts dafür. Sie sind angewiesen, Kleidung zu tragen und dann ist es eben günstig in der Kleidung. Nicht jeder kann sich Fair Fashion oder Baumwollkleidung leisten, weshalb man nicht jeden vorverurteilen sollte. Ich verurteile doch auch nicht, dass sie Vans anhat. Mit Sicherheit nicht ethisch hergestellt. Es wird hier nur auf eine aggressive Art und Weise auf jemanden eingeprescht, der gar nicht so viel dafür kann. Man muss fairerweise sagen, dass Leeroy genau diese Perspektive hervorgebracht hat. Jedoch fehlte bei sehr vielen polarisierenden Aussagen eine kritische Einordnung. Insgesamt aus dieser ganzen Diskussion entnimmt man nicht viel. Und ja, ich verstehe, das ist das Konzept von der Sendung, aber wenn du solche polarisierenden Personen einlädst, musst du diese handeln können, musst du ihnen Fragen stellen können, muss das Ganze funktionieren. Und das funktioniert nicht mit nur Zuhören, auch wenn das Buch von Leeroy das sagt. Formate wie 13 Fragen, also manche folgen nicht alle, Y-Kollektiv oder auch andere Formate, die im Interviews tief funktionieren, zeigen es auf, dass es notwendig ist, Ex-Veganerin trifft, Grillmeister. Andere Formate. Ist das, Alter? Ähm, Clay, Xie, danke für den Prime Sub. Formate, die im Interviews tief funktionieren. Ja, nochmal, das Konzept von Leeroy ist, du holst deine Menschen her und lässt ihn erzählen. Das an sich finde ich gut. Ich verstehe, dass Menschen das nicht gefällt, dass da nicht wirklich viel eingegriffen wird, vor allem halt bei manchen Aussagen, die wirklich, äh, bis dann, bis dann, Kutix, danke nochmal. Ähm, ich verstehe, dass Menschen dann angepisst sind, dass da nicht eingegriffen wird bei halt solchen Aussagen wie, ja, das ist halt wie im Krieg oder, äh, allen anderen Sachen, die sie da gesagt hat, ne, aber, ja, na, oh ja, ich verstehe es. Nian zeigen es auf, dass es notwendig ist, Experten einzuladen, Hintergrundinfos zu haben. Genau, oder das mit dem Hund, da hätte ich auch gern. Es ist nicht sinnvoll, immer nur Laien dabei zu haben, vor allem, wenn es um komplizierte Themen geht. Kritisches Nachfragen, Einordnung der Fakten, teilweise wird die Kritik nicht verstanden, beispielsweise TJ. Seine Videos laufen immer so ab, weiß ich nicht, fühle ich nicht, fühle ich nicht. Aus eigener Erfahrung weiß ich das, aber ich werde das nicht aufrollen, weil es in diesem Video nicht um TJ geht. Jedoch ist er stellvertretend für die Kritik, weil manche der Meinung sind, hey, es ist Unterhaltung. Es ist halt random Unterhaltungscontent. Das hat ja keinen riesigen Anspruch an Journalismus. Funk hat einen Bildungsauftrag. Funk wird von unseren Geldern bezahlt, weswegen... Stimmt, Leroy ist ja bei Funk. Gut, das ist jetzt was komplett anderes. Real Talk, also ich verstehe, nochmal, ich verstehe, dass man Leroy dafür kritisiert, dass er da nicht eingreift. Allerdings ist es halt Leroy-Content. Funk auf der anderen Seite wird ja... Das ist ja... Das ist ja... Das finanziert man ja durch Steuergelder, oder nicht? Oder bin ich jetzt komplett... Äh... Falsch. Ich bilde mir einen Funk, weil ich weiß es nicht. In Österreich gibt es keinen Funk. Ähm... Und wenn du dann Steuergelder dafür zahlst, ja, okay, das... Das halt wirklich einfach nur... erzählt wird von einer Perspektive, so dann... Schwierig. Genau, Fink, fix rund Funk-Beitrag, das ist ne... Leute einen Anspruch darauf haben, ihre Kritik abzugeben, und es ist vollkommen in Ordnung. Die Kritik muss natürlich auch berechtigt sein. Weil wir sind nicht hier, um die ganze Zeit nur Funk zu bashen. Nochmal, Funk. Leroy führt Faktenchecks durch. Leroy hat Infotafeln. Er bringt Extreme zusammen und setzt sie sich gegenüber. Und da kann man schon mal erwarten, dass manche Aussagen nicht einfach im Raum stehen bleiben, sondern hinterfragt werden. Und man hat das Gefühl, als ob sich Leroy nicht kritisch äußern will, oder vielleicht kann er es auch nicht. Was hat sich also in den letzten Monaten getan? Hat die Kritik wirklich was gebracht? Hat sich was verändert? Die Devise ist immer noch, je skurriler, desto besser. Unabhängige Extrem treffen aufeinander, wie klein versus groß. Und Hauptsache irgendwas mit Sugar Daddies und er zahlt für den Geschlechtsverkehr. Und verstehe mich nicht falsch, außergewöhnliche Themen sind spannend. Sie können bereichernd sein. Sie können eine neue Perspektive bieten. Bei diesem Video zum Thema Sugar Daddies weiß... Ich dachte gerade, er redet. Ich dachte mir gerade, was ist das für das? Ich gehöre auf ein anderes Video hin zum Thema Zwangsprostitution, was ich persönlich gut finde. Jedoch wird auch in den Kommentaren bemängelt, dass das Video kritischer sein könnte. Dennoch sehe ich die Verbesserung. Aber dennoch klingt der RTL-Charme nicht ab. Gerade hierbei merkt man, dass der Fokus darauf liegt, mehr aus dem Opfer rauszuholen als nötig. Und das für ein, in Anführungszeichen, gutes Video. Und wenn man das Ganze eben nicht ändert... Also so wie gerade eben mit diesem Trifft Priester. Ich habe so oft, habt ihr sicher auch gehabt, so oft so viele Memes gesehen. Von irgendwelchen, ja, der trifft den. Und du denkst dir zuerst so, ah... Kofi-Supporter spendet 5 Euro auf entspannten Johannes. Danke dir, Kofi-Supporter. Ich weiß nicht, warum da gerade dein Name nicht irgendwie vorgelesen wurde. Ich sehe das so oft, irgendwelche Memes. Und dann in Wahrheit stellt sich heraus so, dass das halt ein echtes Ding ist. Grüße an meinen Freund. Er ist am Kochen und schaut auch deinen Stream. Er soll sich mal bitte beeilen. Jo, ich sehe leider keinen Namen, blöderweise. Ich glaube, du hast keinen Namen eingegeben. Aber danke dir, Kofi-Supporter. Und an den Freund, beeil dich mal. Halleluja. Danke dir vielmals für die 5 Euro. Und danke dir, Admiral Hipster, für die 100 Bits. Und kein Moderator haben will, der Dinge auch mal hinterfragt. Dann sollte man vielleicht die Themen ändern. Keine hochexplosiven Themen nehmen. Ich finde, das Ganze geht in Richtung RTL. Das ist nicht das, was ich mit Funk verbinde. Ich verbinde mit Funk außergewöhnliche Tabuthemen, die auch eingeordnet werden können und die wirklich spannend sind und kein RTL2-Content. Und natürlich ist das hier alles meine Meinung. Es ist meine Perspektive. Und es gibt wahrscheinlich auch Leute, die sagen werden, weiß ich nicht, fühle ich nicht, fühle ich nicht. Können wir gerne sagen, was ihr davon haltet, in den Kommentaren und gebt dem Video gerne ein. Glaubst du, Saschka, schaut auch meine Reaktion. Saschka, hallo. Ja, gutes Video, sehe ich schon ein. Nachdem Leeroy bei Funk ist, hat er so einen gewissen oder sollte er einen gewissen Bildungsweg mit sich mit einschlagen, vor allem, wenn das halt staatlich finanziert wird oder durch die Steuergelder finanziert wird, dann sehe ich da schon den Aspekt, dass man sagt, yo, vielleicht ein bisschen mehr in Richtung Professionalität, wenn man eben solche Themen anspricht, wenn du es wieder hast, BVB versus Schalke-Fan, also treffen wir aufeinander, was soll da passieren? Da brauchst du einen Fußball-Experten oder was? Brauchst du nicht. Aber ja, das kann ich dahinter stehen.